Hallo, ich bin der Michael, Putzenwurm nennt man mich auch und komm aus Wien und jetzt spielen wir TTT. Und der Tuli spiel auch jetzt. Ich bin Patrick, bitte nicht. Der Patrick, woher kommst du, Patrick? Ich bin gebürtig aus Hamburg, bin dann erst nach Hannover gezogen. Dazwischen wurde ich fast in Holland. Das soll schön sein, ja. Guru, wie ist in Dänemarks Wetter? Ich komme ja eigentlich aus Flensburg, es ist ja auch in Deutschland noch. Noch? Wieso, noch? Haben die den Pläne oder was? Hallo, Guru, sind die Eltern noch zusammen oder sind die geschieden? Die sind geschieden, die sind geschieden. Ja gut, meine auch. Darum schaut es mit dir aus. Hier, alles in Ordnung, komm aus dem Pod, bleib im Pod. Und er sitzt auf dem Pod. Der Fisk, Fisk. Na? Du, der hasst alles. Ich hasst alles. Der hasst aus Hamburg, ey. Hey, der hasst aus Hamburg. Ha! Die Tasse. So. Und der Tartor, da kommt fast so ein Nachbar von mir. Der Tartor. Faust, ja. Steiermark ist ein bisschen leid. Faust. Nefi hat, glaube ich, gerade eine Bombe. Kuntengrohrer angemacht. Ja, das ist Piep. Der Nefi. Ne, so leid, so schnell geht es ja auch nicht. Sorry, ich habe einen angeschossen. Ich weiß nicht, wer das war, aber er hat nichts gesagt. Manche Leute haben Kuntengrohrer noch gar nicht genannt. Goro war das. Wer, wer fehlt noch? Was ist zum Beispiel mit Goro? Goro hat man auch nicht mitbekommen. Goro, ich habe dich angeschossen. Ja, ich weiß, aber was soll ich sagen? Ja, das ist ein Traitor, du. Ich mache das ja auch mal mit dir. Heil dich doch. Okay, warte kurz. Ich muss das auch nicht. Dese kannst du bei mir und Nefi sein? Ich glaube, Nefi ist es. Ich glaube einfach, dass Kapuze tot ist, weil der macht einfach nicht mehr weiter. Es passiert nichts. Achso, der Nils. Von dem weiß ich auch nicht. Nils, du bist groß, oder? Über Nils dürfen wir auch noch nicht so viel wissen. Der ist noch minderjährig. Nils, das hast du für eine Schuhgröße. Nicht mehr. Ich habe 48. Nicht mehr. 48, stellt sich das mal vor. Was Kleines für meine tatsächliche Körpergröße. Nils, wie groß bist du? 2,01 Meter. Das ist ja wahnsinnig. Unglaublich. Und das bei 21 Kilo, ey. Das sieht aber aus wie 2,03. 1,70 Kilo, also wie bei dir. Ich bin nicht eins. Oh, Sackgasse. Ich bin nicht eins. Nefi, stimmt das, wenn ich heißt? Ja. Ich glaube, ohne Mütze schon. So ein Zylinder. Es ist Kundra, Leute, es ist noch keiner zu. Es ist Nefi. Nefi will die Bomben schieben, aber kann nicht. Wahrscheinlich sind es Nefi und Kundra, Anton. Doch. Ich habe gar nicht gemeldet. Ah, da hinten wurde gesnifert. Wer war das? Brailleu. Hier, Tautau ist hier hochgegangen. Sorry. Ich stehe wieder auf Tautaus Liste. Ey, der... Was soll denn das? Alter, Goro hat einen abgeknallt. Ich habe noch über 100 HP. Wie sieht die im Gefängnis? Ist der schon wieder tot? Ja. Habt ihr Kundra schon eingeladen? Nein, jetzt nicht. Kaputt, hast du Kundra schon angesprochen? Wo hat die ein Friendship in der Hand? Hallo. Wie heißt die? Die... Die... Und Julie... Kundra, Kundra, Kundra. Julie war die Erste, die er hat. Julie war die Erste. Ich bin auch voll cool. Julie hat leider ein blödes Target, ey. Hast du den? Denk da, denk da. Tautau auch. Tautau hat mich. Mein Target hätt's schon gespürt. Ich bin der Björn. Der Björn? Der Björn. Ich bin der Björn. Hallo Björn. Los, Tautau, mach mich einfach. Was? Warum soll ich dich machen? Ich bin der Björn. Ich bin der Björn. Können wir Tautau und Tautau abschießen? Ich krieg gleich ein Baby von Karsha, Leute. Ey, ich wohne vergiftet und zwar von... War's Kapuze? Nein, ich... Irgendwer... Fisk oder Nephi war's dann. Dann war's Fisk. Ich wohne hier vergiftet, DTs. Ja, stirb mal schneller, dann kann ich da hin. Ich sterb. Helft mir doch, Freund und Helfer. Was ist hier passiert? Also doch Kapuze. Hat schön lang... Ah, Tautau wusste es, weil er mich als Ziel hat. Kann man mich mal retten hier? Das war Nephi. Ich wohne doch vergiftet. Da ist der Traitor gewesen, Tautau. What the fuck? Warum wird das alles nicht angezeigt? Wer hat mich angeschossen? Tautau hat auf dich geschossen, Tautau hat auf dich geschossen. Das Kuntran, oder? Ja, ich hab grad Nephi gekillt. Ich seh nicht, dass der vergiftet ist. Da, da hat jemand dead. Juli ist tot. Krieg ich, bitte? Krieg ich... Der lebt noch. Oh, Kapuze, Jones. Kapuze lebt auch wieder. Shit, mach weiter. E? Wer hat denn E? Hä? Ach, Bombe! Verzeihet euch! Irgendeiner hat ne Bombe am Rücken. Ich nicht. Doch, ich! Oh mein Gott. Ich bin's, glaube ich. Ich hab den Flopper. Dann ist es Nephi, wenn ihn Kuntran hat. Ach nee, Nephi ist schon. Nee, ich hab Nephi ja gekillt. Shit. Schlechte Dichter-Dichter-Bearbeitung. Ja, ich bin's, ich bin's. Wow. Ha, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Oh, da vorne liegt einer. Ne. Och, Leute. Scheiße. Er läuft schon wieder in das ganze Gefängnis. Ja, ich hab's gesehen, dass er die Bombe in der Hand hatte. Toll, ich wollte eigentlich erst Nils wiederbeleben, aber dann ist Gumm auch schon gestorben. Der Piss sprengt sich einfach neben seinen Bomben. Ich hab, ich hab ausgesprochen, einen Punkt zu viel gemacht, dann stand da eh ein Trassenheft. Was hast du gesagt, Nils? Ich wäre, ich war nicht im Spiel, ich war ausgeteppelt. Er hätte ja was gesagt. Ja, okay. Wir wissen ja nicht. Wir wissen ja nicht. Mir wird irgendwie nicht angezeigt. Aber warum? Das wissen wir ja auch die ganze Zeit. Ich wollte dich wegen dir töten. Oh, die nehm ich. Weiß ich nicht. Na, ich dachte, du hast das jetzt irgendwie mit Absicht gesehen. Nee, aber warum hast du mir dann auch gesagt? Ähm, ich bin ja über dich. Ja, ich hatte den Helfbruch, ich hatte jetzt 200. Ich bin immer nicht drüber gesprungen und wollte mich eigentlich nur umdrehen, aber meine Maus relativ nach der Tastatur und immer mich gegen die Tastatur kommt, schiesig. Und dann hab ich dich angeschossen. Und ich hab einfach voll drauf gehackt. Und Goro hat einfach direkt Ende gemacht. Darf ich einmal Schrotflinte, dafür in Goro's Rücken jetzt? Ende, Gelände. Halt, warte mal, es ist nichts. In den Rücken, Goro, umdrehen bitte. In den Rücken, in den Rücken, Grants. Nein, jetzt nicht, wenn du's willst, macht's nicht so viel Spaß. In den Rücken, es zieht aber viel ab. In den Rücken. Auf dem Po. Oh mein Gott, Julie. Mit Masterbein. Musst du schon selber hauen. Nicht das Witz. Wo ist Grants? Jetzt Target. Grants hat einen Flopper. Oh shit, das war eine Karpuze. Das war der Detective. Excuse me. Irgendeiner ist da oben im Knast. Spots hat das, Spots hat... Okay, gut. Hä? Spots hat auf Gorilla geschossen. Auf Gorilla? Ich bin ein Jäger. Ist nicht Grants. Was Zilla ist. Was schießt denn hier schon wieder? Die tanzt auf den Tisch, ey. Mit den dreckigen Stiefeln. Jetzt schreit Sachen an, die Wand. Ich hab mir was gekauft, gerade Kapuze. Woza, geben Sie mir bitte die Waffe? Nein. Ich meine, ich möchte das. Aber ich bin Traitor. Ich muss Leute töten. Halt, Polizei. Einschluss. Der ist auch da, du. Einschluss ins... Ah! Hier Tisch gehüpfen. Der Boden ist Lava, Julie. Der Boden ist Lava. Komm, komm zurück. Ah, scheiße. Oh Gott. Julie hat mich runtergeschubst. Julie. Was bist du für Polizist? Du kommst da nicht mal hier in den Trakt rein, Kapuze. Ich bin halt Rabauke. Ich wurde angeschossen von... Von Nephi. In Sie auf Grants. Was soll das? Nephi ist es. Nils. Ja, Nils ist es auch. Nils ist es auch. Und Bots ist es auch. Nils habe ich. Ja, hier, dann nimm halt. Vorsicht, Nils geht hoch. Oh Mann, was soll das denn? Wo ist die Waffe? Du hast nicht mal die Waffe genommen. Da ist sie. Ich komm nicht raus. Die hab ich da vorhin schon hingeworfen. Die Zs haben längeren Hebel von uns beiden. Ich hab die da schon vor einer Minute oder so. Ja, ja. Warte mal, wer ist es denn eigentlich jetzt? Aber es ist ja gesichert, dass es du bist. Es wäre ja ganz grünchen. Geh vor. Ja, ich bin ja die Technik. Guck nach vorne. Du geh vor. Okay. Ist doch klar, dass ich es nicht bin. Achtung, Achtung, Botzer. Ich sehe alles. Ach, shit. Die war gut, die Blende. Botzer, dich nehme ich mit. Er legt die Blende vor die Tür, macht die Tür zu. Aber ich war gar nicht geflasht dadurch. Komisch irgendwie. Was macht ihr da? Ah, okay. Ah, Sonnenbrille gekauft. Scheiße, manche online. Ich mag den Botzer halt. Ey, Karl Horst. Waren alle anderen tot oder wie? Ja, es waren nur noch wir drei. Karl und ich wurde da gestunt. Kunran gut. Er so, hä? Geht nochmal zu meiner Leitung. Kunran hatte die Bombe am Rücken und war fast ready. Er war fast bereit. Er war ready. Und dann ist er umgekippt. In den Klos ist gelbes Pipi. Und wenn ich dir mehr Tür auf von Nils ausgewiesen war, kam die von Nephi. Juli? Was? Welche Farbe hat Pipi normalerweise? Frag sie doch nicht. Durchsichtig. Ja, wenn man Krebs hat, hat es zu rot. Aber was ist mit Gelb durchsichtig? Das. Grüf. Also reden wir von trüb oder von äh? Also rein, also klar. Also man kann ja auch klar. Der Apfelsaft trüb. Trüb ist ja echt so sehr. Er ist trüb. Was trinkst du bitte für ein Apfelsaft, dass das trüb ist? Opf! Es gibt trüb. Opfelsaft. Trüb mit Fruchtfleisch, mit Stückchen. Frohe, dass es überhaupt Apfelsaft ist. Reiner Apfelsaft aus 100% ab. Juli, das ist verpackt jetzt wegen dir. Hier hängt es. Jetzt müssen wir andersrum. Passiert. Ah, jetzt ging's auch. Ohhhh. Ey, das war Godzilla hat auch so geschossen. Gorilla schießt. Gorilla schießt. Gorilla ist geschossen. Gorilla schießt. Gorilla ist geschossen. Gorilla schießt. Nein, der schießt. Tauka hat Dalu abgeknallt. Schon wieder am Rennen. Gorilla. Au. Oben rechts, oben rechts. Kapuze. Aber es ist Gorilla. Wieso sind die Türen so scheiße gerade? Keine Ahnung. Du bist das. Kapuze hat geschossen. Ey, jetzt ist er gestorben. Ey, jetzt wurde vergriffen. Wer, 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 wer? Hey, TauTau. Oh, der nächste Random Kill von TauTau. Glückwunsch. Das ist er doch zuerst geschossen. Ich verprügel dich, Junge. Prügelkampf wie die Männer-Kapuze. Komm. Aaaaah. Hilfe, hier wurde eine Granate reingeworfen. Lauf, Kapuze. Lauf. Den hast du umgehauen, Kapuze. Sehr gut gemacht. Es kann nur noch Fisk sein. Oh ja. Fisk. Da haut einer in die Tasten. Da ist einer wütend, ey. Da ist einer wütend, ey. Schön krüten. Dann sollten wir weggehen. Warum bist du so wütend? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Da hier drin sind sie. Oh Gott. Ja, lass doch auch so rumgehen. Dann muss nicht so schwer sein, Fisk zu sehen, wie er mit seiner Taube da hinten steht. Daaaah. Nice. Ich glaube, er hat ihn erwischt. Niemals. Ne, doch nicht. So eine Fleischwunde. Oh, hier liegt ein Friendship. Ist da noch was drin? Ja. Hinter dir, Defi. Nein. Fisk? Hä? Geh mal in eine Friendship, bitte. Kannst du mich mal? Nee. Heute nicht. Wusstet ihr überhaupt klappt das? Hä? Was? Hä? Oh, ey. Scheiß, Alter. Aber war nicht random, Fisk. Aber Putze, du warst das. Ja, ja, ich war's, Kapuze. Ich wusste das natürlich. Aber war nicht. Du, der Boxkampf. Hab dich entdeckt. Der Boxkampf war super. Hättest du die Tür besser zubekommen, er wäre Kapuze mit den Turtles eigentlich. Der kriegst die Tür nicht mehr. Der kriegst die Tür nicht mehr. Der krieg immer so Panik. Oh nein, Turtles. Und dann, und dann hat Kapuze dich aus der Tür rausgehauen. Sorry, Dalu. Achso, ich dachte, der hat mich doch noch angeschossen. Ne, ne. Ich hab geboxt. Ne, ne. Ich hab geboxt. Das war irgende. Dann muss ich jetzt auch sagen, wenn ich es werde, schließe ich direkt auf Dalu. Das finde ich cool. Ja, los geht's. Ja, und? Hätte mich auch nicht aufgehalten. Niemand kann uns stoppen. Gorilla! Ich hab Kapuze. Ach, schon wieder mit Juli. Schuh, mach 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 der Tränen! Heute nicht. Wir waren doch eben grade auch schon. Ja, rüber. Okay, drüber. Ich brauchst eben. Na, du, eine, go! Was passiert da? Ich bin mal weg. Ich bin mal weg. Warte geht's, warte geht's, Juli. Scheiße, die Tür ist verpackt. Scheiße, die Tür sind verpackt. Ich häng' hier mit Fisk drin, aber ich hab' nicht. Das wird euer Schicksal sein. Ihr musst die Schüsse aufklemmen. Natürlich in deinem Körper. Ich komm' hier von der Seite nicht. Tun für'n Körper Klaus. Was machst du für'n Körper Klaus? Nein! Ich geh' jetzt durch den Trailergang. Oh, ich glaub' da ist jemand gestorben. Guck, ich war's nicht Kapuze. Das ging auf mich. Juli war's. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Den haben wir in den 20, glaub' ich nicht. Da, Nelvie ist es! Nelvie ist es! Ja, Nelvie, Nelvie. Goro hat grad den Juli umgebracht! Goro ist es, Goro ist es. Goro ist es, Goro ist es. Goro ist es. Goro ist es, ich fack Goro! Der ist doch nicht so kapuze! Fuck! Keine Credits mehr. Und ne Harpune. Wenn ich sterbe, schieß Nels ab. Wenn ich jetzt einfach so... Wenn ich am Feld sterben sollte, schieß Nels ab. Weil dann kann er keine Harpune gehabt haben. Ich hab' dann versucht, mich zu schießen. Ich hab' keine Harpune. Ich hab' sie nicht aufgenommen. Ich hab' sie verschwunden lassen vom Boden. Ich hätt's ja nur gesagt, wenn ich nicht am Feld gestorben wäre, hättest wir ja keine Harpune haben können. Na, Fisk? Na? Du warst die ganze Zeit hinter mir. Hä? Was ist da passiert? Vorsicht! Der geht hoch! Oh! Hier lebt noch einer! Godzilla! Tschüss! Nein! Komm doch, komm doch, komm doch! Der geht auch noch hoch, komm! Den nehm' ich mit! Wieso hast du dich da geopfert, Nevi? Sag mal, Nils, hast du auch Zeit gehabt? Wollst du mich warten? Ja, ich hätte eh ein Feld gehabt und 200 HP. Ich bin halt ein Tier, Juni. Ich hab' dir, glaub ich, zwischen die Beine geworfen oder so. Oh, du warst es! Oh! Oh, danke für die Waffe! Wer liegt denn da? Goro! Macht Teabagging auf ihn kaputt! Ihr seid ekelhaft! Ihr seid ekelhaft, habt ihr das gehört? Ja, das ist aus Julis Munde auch noch so. Das ist nicht. Nachdem sonst immer über Code geredet wird, ey. Oder hier die Farbe von Pipi. Teabagging ist nicht nice. Na Kapuze? Hast du mich schön angeschossen, ja? Ja, das ist in Ordnung. Ja, ja. Und damit lässt er mich angeschossen. Ich hab' nicht meine Worte aufgehört. Ich hab' nichts abgeschossen, ich schwör's dir, ich schwör es dir! Entweder war's Kapuze oder Nils. Einer von den beiden. Jemand schwört hier. Uro, du hast mich davor einfach abgeknallt. Ich wollt' die beiden Namen nur noch vormerken. Du hast Nils runtergeschubst. Auch jetzt noch ein Verbrecher. Ich bin jetzt... Jetzt? Was? Was ist mit dir? Dass du den Nils abgeschossen hast! Wir sind abgeschossen! Nein. Ich bin safe, ich bin die ganze Zeit bei den beiden... Boah, Nephi, ey. Hast du das so schön eingekauft, ja? Ich hab' geguckt, was da für ne Waffe gibt. Ja, genau! Mhm. Da liegt ne Piste, guck doch! Ja, Nephi hat trotzdem eingekauft, sowas von. Ja, what the fuck, ey. Ich hab' dich doch... Ey! Verfolgst du etwa den Detektiv? Boze, keine Kapuze. Ich hätt' ich gefunden, wenn Ziele. Boze, bin der Hitman. Boze! Hey! Ahaha, das war Goro! Der DT! Der DT! Der DT! Der DT! Was soll der Scheiß denn? Auf ihn, Leute! Ey, auf mich auch, Leute! Deinen Sniper! Goro rastet aus! Boah! Boah! Ich hab' nur noch 36, jetzt ist es nicht mehr lustig, Goro. Ihr macht die Tür zu! Ah, schade, ich wollt Kapuze gern einsperren, ey. Ich hab' gar nicht geschossen, ey. Doch, du hast mich auf 36, ey. Ja, du hast doch eben irgendwas gemacht. Du hast nix gesehen, Kapuze. Nein, Kapuze! Nein, Kapuze! Wer war das? Du, Horst! Nein, das war ein Sniper, guck, nein, ich hab' geschossen. Ich war das, ich war das. Kapuze war das. Aber Nils hat auf mich geschossen, auch und da schlafen. Nils ist down. Was sagen die DTs? Dann ist es Kapuze, der vorher noch nicht geschossen hat. Nein, das, nein, ich hab, ich, deswegen hab' ich in Nils abgeschossen. Hä? He? Nils hat das, er hat mich auf kraftgeschossen. Natürlich. Hei! Da war grad einer, der da hin ist. Ja, da haben mich geschossen! Tauter, weißt es? Tauter, Wär ist es? Tauter! Tauter, Und ich hab' auch den geschossen! Du kamst gerade ums Eck. Ja, und? Ich hab' auch den geschossen! Warum satte zu sein? Nefi, ich bin nur tief Das ist gemein, dass Tautor das jetzt nicht... Okay, du warst das auch nicht. Ich glaube, es ist Nefi, weil er wollte nicht... Ich glaube auch. Nefi hat das vorhin geschoppt. Du hast auch geschoppt. Ich habe nicht geschoppt. Ich habe nicht geschoppt. So, was hast du? Natürlich. Ja, das siehste. Das ist wohl schön eigentlich so. Er hat die Plasma auf mich geschossen. Warum schieß ich nicht gleich? Jetzt geht der Fade bei dir rein. Tut mir leid. Oh nein. Dann kann es ja nur Julie gewesen sein, weil die ist hier nicht gewesen. Ich bin dir hinterher gelaufen als du. Also Fizz. Tautor ist safe. Ich habe keine Nefi gekillt. Ich habe keine Nefi gekillt. Ich habe keine Nefi gekillt. Kapuze ist gestorben. Kapuze ist gestorben. Das war zu Fade. Das war der Fade. Ich bin safe mit Tautor. Ja, dann ist es Julie. Nein, ich arbeite nicht so sauber. Ja, deswegen. Du hast ja nichts gemacht. Moment. Grains ist nicht safe. Er hat nicht auf Darlow geschossen. Eben meinen Rücken geschossen. Ey, jetzt reicht es mit der Kamera. Ja, Julie, Botzer. Ihr könnt euch machen. Ich bin's nicht. Unvertruf. Ja, dann mach Botzer. Ja, wenn du es nicht bist, muss er sein. Ja, vielleicht ist einer von euch. Ja, Botzer ist es. Botzer ist es. Botzer ist es. Wo ist er? Habe ich dich doch richtig auf 27 geschossen. Dann ist er ein Deadringer oder was? Ja, ist ein Deadringer. Ja, ist ein Deadringer. Hä? Nein, Darlow lebt wieder. Darlow lebt wieder. Wo ist er? Das ist nicht dein Ernst, ey. Scheiße. 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 Die Ecke. Well played, Grins. Well played. Well played. Gar nichts gemacht. Ah, toll. Lebt überhaupt noch wer? Wo ist er denn? Sind wir bei deren Haine? Rache, mein Freund. Oh, Mann. Tja, ich habe nicht mit rauf geschossen, aber danke, dass du mir die Leiche gelassen hast. Ciao. So ein Luck-Shirt von Darlow, ey. Luck-Shirt. Ja. Ich habe sie alle abgelenkt so. Dankeschön. Ich dachte, er hat dich zu weit bewegt. Vor allem keiner hört, wie Darlow sagt Kducken. Hat er nicht sogar den Namen gesagt? Ja, hat er. Ich wusste auch, dass er mich meint, aber es ging und ging nicht, ey. Der hat ihn nochmal neu positioniert und dann ging es. Und keiner reagiert. Ups, sorry. Ich wusste nicht, dass er an dir klebt. Ich will das nicht stellen. Blaue Leuchten nicht. Was klebt denn, Juli? Na, die Plasma grad eben. Klebt bei dir? Klebt bei dir heute, hm? Ja. Hashtag klebt bei Kapuze. Ja. Hey Kapuze, komm, 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 komm. Komm hier. Nein, Kapuze. Komm mit. Komm, hier. Schnell, bevor Kundran kommt. Hier ist eine Sword of. Schnell. Ich habe immer eine Waffe. Kundran hat sie jetzt. Ja, toll, Kapuze. Waffe weg. Waffe weg. Das hat auch kein Klo, das Gefängnis ist. Kundran, Detective Cyber. Nimm die andere. Nimm die andere. Nimm die andere Shotgun. Ich habe keine Waffe, weil ich Kapuze beibe kriege. Waffe wegkriegen, Kunran. Da oben liegt eine Shotgun-Botzer. Kann ja raus. Kann ja raus. Kann ja raus. Waffe weglegen. Nö. Dann gibts jetzt aber auf Schmau. Sind wir auf Schmau? Ha, Juli ist es. Was? Ich lauf hier nur. Oh, ich backe, ich backe Kundran rum. Nein. Er backe in Kundran. Ja, auch. Was kommt da wohl für ein Plätzchen raus? Haha. Ah, Fanship. Nehmt euch in Acht. Das war die erste. Ihr habt auf jeden Fall gesehen, dass ich das nicht war. Ich habe einen Deadringer. Was? Ha? Ne, für was? Da ist ... Hey, ich habe einen Deadringer. Oh, du schüttest ein Würstchen im Klo. Ja, ja. Ist da echt ein Würstchen? Okay, Koro ist es. Ja, ich auch. Ja, gerne. Oh Gott, hier ist es echt cool. Leute, das ist wirklich Goro. Ja, nach dem Backen haben sie noch Freundschaft geschlossen. Goro hat einen Deadringer. Deadringer-Test an Goro. Also da, komm her. Schieß auf ihn, Nefi. Scheiße, dann ist es Nefi. Jetzt komm mal. Needs kommen mit, Needs kommen mit. Needs kommen mit. Needs kommen mit. Needs kommen mit. Ah, ist es Nefi? Nefi? Komm mal hier ins Klo rein. Nefi? Komm mal hier ins Klo rein. Ja, mach doch. Du hast ihn jetzt ausgemacht. Ja, mach doch. Du hättest das doch gehört. Was macht ihr hier drin? Hey, Tautor hast du jetzt fließt. Das ist doch Nefi. Tötet ihn. Das war doch... Was? Er ist nicht? Natürlich ist es dann Juli. Ihr habt doch gesagt, das ist so. Nein, Juli ist es nicht. Juli ist es nicht. Sie können keine Fliege was so machen. Nee. Also das... Das merkt man in ihrer Stimme, dass das unabsichtlich ist. Das ist... Sie gehen wirklich davon. Ihr verarscht mich jetzt schon wieder. Hier ist nichts passiert. Bitte gehen Sie weiter. Was ist hier los? Ist das ein Mod? Ein Mod. Ein Mod passiert. Ein Mod passiert. Wer... Wieso ist Fisk tot? Oh, wer ist ein Monorail-Dog? Monorail... 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 Was macht ihr hier drin eigentlich? Passwort auf dem Server... Passwort ist Wurst im Klo. Der Monorail-Dog, ey. Gorilla ist es! Gorilla ist es! Gorilla ist es! Gorilla! Ich hab doch gesagt Gorilla ist es, aber Nephi hat mir nicht geglaubt und dafür muss er mit seinem Leben leben. Einer ist Tautau und dann können Juli und Kranz sich duellieren. Jetzt ehrlich? Gorilla ist gesehen, du... Juliii! Ah! Fuck! Kapuze, lebst du noch? Da hinten... Er wird mit Messer... Er wurde mit Messer abgestochen! Ah ne, doch nicht. Okay. Immer diese Messer. Juliii! Kranz und Fancy... Jetzt wärst du verprügelt. Sind die Detektives beide tot? Dann misst du's, Kranz. Nicht, wenn ich Juli verprügeln kann, dann kann ich die Unschuld beweisen. Lass sie mir! Gibt's mir! Sie wehrt sich nicht, Dalu! Ich glaub, sie ist es nicht. Einer von euch beiden ist es jetzt nicht! Aber sie wehrt sich nicht! Es ist einer von euch beiden! Meiner hat mich! Jetzt mach sie oder steck dich ab! Ja, okay. Aber wieso hat sie sich nicht gewehrt? Die hatte zu viel Angst vor dem Männer, glaube ich. Ich hatte kürzseitig irgendwie Bedenken. Aber ich hab ja gesehen, wie du TauTau getötet hast. Deswegen... Die wehrt sich nicht! Die wehrt sich nicht! Julie, warum hast du nicht einfach geschossen? Das ist jetzt ne gute Frage. Das war so der verzweifelte Blick zu Dalu. Dalu, die wehrt sich nicht! Ja, ich dachte, vielleicht bringt er noch Botster. Das wär lustig. Wenn... Julie... Ja. Wie kann's nicht sein? Die wehrt sich nicht! Das nächste Mal! Aber die wehrt sich nicht! Oh, Julia! Aber die wehrt sich nicht! Nur dann findet's Botster gut! Immerhin damit! Ja, ein bisschen, also... Wenn du da bloß so leblos liegst, Julie, ist doch langweilig. Ja, eben. Du bist ja auch so schön schrein und weinig dran! So bitter immer hier! Apuza hat uns ja quasi getötet. Ich hab gar nie getötet! Natürlich hast du uns ge... Das war ja nicht die Arbeit des Traitors! Da ist Nils! Hey, hat Nils grad eingekauft? Ach ne, der hat nur den Gorilla aufgehalten, okay. Der Gorilla war aber hier drin, wenn der Gorilla aufgehalten wurde. Ist voll der Zungenbrecher! Vielleicht sind die ja auch beide! Ja eben, die haben sich gedeckt! Was hast du gesagt? Die Tür wieder! Ih, die haben sich gedeckt! Die Anonymos! Die Anonymos! Botster, kriegst du das Tor auf! Ja, offne dich! Tschüss! Da, es war offen! Öffne dich, Tor! Sesam! Aber warum geht das jetzt heute hier? Weil ich hier äh... Wer ist der Drähter? Aber ich muss der Drähter sein! Was? Achso, ne? Oh, ey! Insiderwissen! Juhu! 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 Mit RealLife! Mit RealLife! Ich weiß nicht, aber da gibt's jemanden von euch, der RealLife-Namen nicht verrät! Peter! Ich weiß nicht, Michael! Ne, ich glaube, es sind alle bekannt! Außer bei Juli, das ist auch... Der da, die, ey! Ja, ich verberg meinen Namen! Ja, hat er doch vorhin! Du mögst doch, dass du Christian hast! Der steht aber auch in der Nageschau! Ey! Tautau heißt doch Tautau! Man kann ja auch gelogen sein! Vielleicht heißt der ja nicht Christian! Tautau kommt doch von... Torben! 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 Das ist Kapuze, ich bin die Tech-Defer und jetzt knall ich! Ich hab auch gebeten, Grenz. Kunran hat gelogen. Nein, der kam mir wirklich entgegen. Kapuze, es tut mir leid. Ist ehrlich. Aber wenn es um Gift geht im Knast... Alter, Goro. Ja, Goro, Kunran. Kunran. Ja, ich sag doch, Kunran hat gelogen. Aber ich verrecke jetzt wahrscheinlich, weil ich... Warte, 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 hier, da du. Ich hab ein Health-Kit, wenn das auch eins ist. Goro war Enno. Genau. Ich bin noch über 100, deswegen brauch ich's noch nicht. Okay, das sind wir wahrscheinlich gleich sterben am Fate. Ihr kriegt's hin. BAK BUUM! Er lebt sogar noch Tautau, ist es! Alter, ich... Bist du, Tautau? Das ist wahnsinnig, ich hab Kunran getötet. Moment, der steht im Chat. Oh, lol. Bist du eigentlich im Chat? Bist ein Mongo, was ist das? Links, links, hier, Tautau, links, hier. Dafür würde ich ihn töten. Hier, 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 hier. Hier oben direkt. Besperrt. Ich hab'n Fate. Und wenn Tautau versteckt mich, wenn ich sterbe, ich hab'n Fate. Hab' ihn. Ach... Bis zum nächsten Mal, Leute! Ja, bis zum nächsten Mal!